Lego war auch ein großer Teil meiner Kindheit. Also ich hatte ganz viele Sachen von Lego und auch von Lego-Technik damals. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Also die 12- und 13-Jährigen heutzutage, Junge, die fangen schon an zu rauchen und prügeln sich und keine Ahnung was alles. Das hätte ich mir damals gar nicht vorstellen können. Also das Beste für mich war, wenn ich in den Spielzeugladen gehen konnte und irgendwie entweder ein neues Videospiel mir holen oder so ein neues Lego-Ding. So Freunde, wir schauen von GameStar, Alloy und die Robo-Dinos machen auch in Lego eine gute Figur. Horizon Adventures in der Vorschau. Horizon als Lego-Spiel. Ich habe schon einige Lego-Spiele gespielt, auch auf der Vita. Und ich habe auch ein Horizon-Spiel gespielt, allerdings auf der VR 2 nur. Und ich habe gesehen, jetzt kam ein neues Spiel raus, also für die PS5 Pro. Also was heißt neues Spiel? Ein Remake von Horizon Zero Dawn. Und wenn ich die PS5 Pro habe, die ich mir nächstes Jahr irgendwann hole, dann werde ich das auch spielen. Also je nachdem an GTA 5, äh GTA 6 kommt, Death Stranding 2, Mafia 4 und irgendwas gab es noch. Aber das habe ich schon wieder vergessen. So, gehen wir mal rein, Freunde. Nicht vergessen, wenn ihr das YouTube... Wenn ihr das Video auf YouTube seht, hinterlasst mir doch gerne ein kostenloses Abo. Supportet mich dadurch, wenn ihr mögt. Und ein Kommentar und ein Like und dann abfahrt. Achso, von wann ist das Video? Von vor vier Tagen. Heute ist der 31.10. Halloween. Wer hätte gedacht, dass wir in diesem Herbst gleich zweimal losziehen würden, um Aloys erstes Abenteuer aus Horizon Zero Dawn nochmal neu zu erleben. Doch genau das passiert jetzt. Denn am 31.10. kommt das Remaster des ersten Serien... Heute. ...teils von 2017 für PC und Playstation 5 aus. Wer das Original besitzt, kann für 10 Euro auf die neue Version Upgrade... Ach stimmt, wer das Original besitzt. Freunde, falls ihr das Original habt und nicht mehr braucht, ich zahle euch den Versand und, äh, abfahrt. ...muss sich auf dem PC dann aber auch mit dem jetzt obligatorischen PSN-Konto anmelden. Und das Witzige ist, ich hab das Spiel noch, aber ich will's nicht auspacken, äh, weil... ...weil's noch original verpackt ist und ich das eventuell nochmal zur VGA schicken möchte. Zwei Wochen später, am 14. November, hat Aloy dann ihren zweiten Auftritt. Und zwar in LEGO Horizon Adventures zum Vollpreis von 70 Euro für PC und Playstation 5. Und diesmal auch direkt zum Release für Nintendo Switch. Eine Xbox-Version ist bislang... Hä, ein Horizon-Spiel für die Switch? Krass. Übrigens noch gar nicht angekündigt, das ist natürlich ein bisschen schade. Mit LEGO Horizon Adventures wagen Guerilla zusammen mit Studio Gobo und der Publisher Sony den ersten Schritt in die Welt der Klemmbausteine und mein Kollege Dennis Michel von der GamePro konnte den Koop-Modus des Action-Adventures bereits gute 90 Minuten auf der Playstation 5 ausprobieren. Bei einer Spielzeit von ca. 7 bis 8 Stunden, so zumindest die offizielle Aussage der Entwickler... 7 bis 8 Stunden, oder? ...hat er also schon eine ganze Menge gesehen. Der Vollständigkeit halber sei aber auch erwähnt, dass ihr Horizon Adventures auch Solo spielen könnt oder eben zu zweit, auf der Couch oder per Online-Modus. Und was wir da gesehen und gespielt haben, macht schon große Lust auf mehr. Nach Astrobot bekommen wir hier den nächsten Titel, den man mit der ganzen Familie zocken kann. Und der sich auch explizit an die Kleineren richtet. Warum genau, dazu gleich mehr, aber zunächst mal sei allen LEGO-Fans gesagt, dass hier von der detailverliebten Optik über den Humor bis hin zur aufkommenden Steinchen-Sammelwut schon vieles gestimmt hat. Ein paar kleine Sorgenfalten haben sich beim Anspielen aber trotzdem gebildet. Bevor wir uns aber anschauen, wo es bei LEGO Horizon Adventures noch, haha, klemmt, erstmal einen Blick aufs Offensichtliche. Denn bereits LEGO Star Wars sah zuletzt ja wirklich fantastisch aus, doch... Welche habe ich denn gespielt, welche LEGO-Spiele? Sollen wir mal kurz nachgucken? Ich gucke mal kurz nach bei PSM Profiles. Geht doch ganz schnell, ich verspreche es. Äh, LEGO. 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 Oh, viel. Achso, LEGO Rock Band nehmen wir mal raus, weil das zählt nicht. Das ist ein Rhythmusspiel. Ich habe gespielt LEGO The Hobbit, LEGO Jurassic World, LEGO Star Wars The Force Awakens, LEGO Marvel Adventure. Das sind echt viele! LEGO Harry Potter, die Jahre 5 bis 7, LEGO Batman 2 DC Superheroes und LEGO The Lord of the Rings. Krass. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 LEGO-Spiele. Wie gesagt, das Rock Band nehme ich jetzt mal raus, dann wären es 8, aber das hat nichts mit LEGO zu tun. Das ist eher nur so im Hintergrund das LEGO gewäscht, ne? Krass, Alter. So viele habe ich schon gespielt. Und das Witzige ist, ich sehe das gerade, die habe ich alle auf der WIDA gespielt. Also das sind alles WIDA-Spiele. Ich habe kein einziges auf der PS3, PS4 oder PS5 gespielt. Außer das LEGO Rock Band, das habe ich auf der PS3 gespielt. Aber wie gesagt, das ist ein Rhythmusspiel und hat nichts wirklich mit LEGO zu tun. Außer, dass das halt, dass die Welt ein bisschen so aufgebaut ist. Aber da kann man nicht rumrennen oder so. Ne, das, äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vita-Spiele sind das krank. Und alle auf 100%. Nice. Auch wenn man ganz kleinlich ist, war ein Großteil der Spielwelt ja gar nicht aus LEGO-Steinen gebaut. Genau wie bei den meisten LEGO-Spielen von Traveller's Tales, war die Spielwelt ein Kompromiss aus klassischer Spielgrafik und Klemmbausteinen. Horizon Adventures geht stattdessen mal wieder all in und das fällt sofort auf. Beim Spielen will man am liebsten alle paar Sekunden stehen bleiben, um sich die ganzen kleinen Details mal in Ruhe anzuschauen. Krass. Also wenn man sich das so anguckt, die sieben Stunden, die sie da angeben, ich glaub, ich würd das doch bitte da drin bringen. Weil ich glaub, du musst doch diese ganzen Steine sammeln und so weiter. Also alles, was da so Sammelsachen und so weiter, um die Platin dann am Ende zu bekommen, ähm, das haut glaub ich nochmal ein bisschen rauf. Das ist ein langer Rauschebad oder die unterschiedlichen Maschinenwesen. Selbst das Wasser wird in LEGO-Steinen dargestellt. Das sieht wirklich schon wunderbar charmant aus. Und beim Spielen auf der PS5 hatten wir zumindest auch keine technischen Probleme. Ob das auch für PC- und Switch-Version gilt, können wir noch nicht sagen. Und natürlich wird's auch spannend zu sehen, wie viele Abstriche, gerade bei der Technik, die Entwickler für die Switch-Version machen müssen. Warum es übrigens überhaupt eine Switch-Version gibt und zum Beispiel keine PS4-Version, haben wir die Entwickler auch gefunden. Oha, es gibt keine PS4-Version mehr. Also das fällt mir immer wieder auf, ne? Dass keine, ähm, Spiele mehr für die PS4 rauskommen. Und sie haben geantwortet, dass sich LEGO Horizon ja vor allem auch an eine jüngere Zielgruppe richtet. Und deshalb war ihnen eine Umsetzung auf der Switch sehr wichtig. Warum das nun aber im Umkehrschluss bedeutet, dass es keine PS4-Version gibt. Soweit ich weiß, steht die PlayStation 4 auch in vielen Familienwohnzimmern rum. Und Horizon Zero Dawn kam ja damals auch zu... Alter, guckt euch mal die Steine an. Habt ihr das grad gesehen? Hier. Das find ich so krass. Die Steine, die sind nicht perfekt. Die sehen aus, als wenn die so ein bisschen abgenutzt sind oder dreckig, ne? Hier bei der Indianerin. Damals auch. Zuerst für die PlayStation 4 raus und sah trotzdem super aus, obwohl es ein Open-World-Spiel war und nicht wie hier einzelne Level aus der ISO-Perspektive erlebt wurden. Aber gut, wir können euch auch nur sagen, was uns die Entwickler antworten. Ein ganz wichtiges und vor allem stilprägendes Element, besonders in den Story-lastigen Lego-Spielen und den vielen Lizenz-Umsetzungen, die wir in den letzten Jahrzehnten, muss man ja inzwischen schon sagen, gesehen haben, ist der Humor. Und auch der kommt bei Horizon Adventures nicht zu kurz. Dazu müsst ihr allerdings wissen, dass das Spiel die Geschichte des Originals nicht eins zu eins nacherzählt. Also ihr erlebt hier keine Kopie von dem, was ihr vor sieben Jahren schon mal gespielt habt. Stattdessen interpretiert das Lego-Spiel wichtige Momente aus der Originalgeschichte neu und zeigt selbst ernstere Momente in einer etwas fröhlicheren und damit auch kindgerechteren Variante. Und von allem, was wir bislang gesehen haben, ist das wirklich sehr stimmig und leichtherzig umgesetzt. Vom Intro weg zaubern einem die witzigen und mit dem bekannten Lego-Charme gespickten Zwischensequenzen und Dialoge ein Lächeln aufs Gesicht. Zudem wird die Geschichte von einem Erzähler kommentiert wie in einem Märchen und auch das macht eine Menge Spaß. Bei der deutschen und englischen Vertonung dürft ihr euch übrigens auch auf die Originalsprecher aus den anderen Horizon-Spielen für Aloy und Co freuen. In Sachen Gameplay gab es auch größtenteils frohe Kunde aus der Anspiel-Session. Allerdings sind auch ein paar Bedenken aufgekommen, zumindest was den Langzeitspaß für die älteren Lego-Fans unter euch anbelangt. Aber starten wir mit dem Guten. Zunächst mal ist es schön für einen Lego-Fans. Ich komme ja aus den 90ern, ne? Und, also was heißt ich komme aus den 90ern? Ah, zurück in die Zukunft! 90er, ne. Okay, ähm, ich bin ja sozusagen in den 90ern groß geworden, obwohl ich natürlich früher geboren bin. Aber, ähm, Lego war auch ein großer Teil meiner Kindheit, ne? Also ich hatte ganz viele Sachen von Lego und auch von Lego-Technik damals. ...Legospiel, das man zwischen fünf Schwierigkeitsgraden wählen kann und sich... Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Also die 12- und 13-Jährigen heutzutage, Junge, die fangen schon an zu rauchen und, äh, prügeln sich. Und keine Ahnung was alles. Das hätte ich mir damals gar nicht vorstellen können. Also das Beste für mich war, wenn ich einen Spielzeugladen gehen konnte und irgendwie entweder ein neues Videospiel mir holen oder so ein neues Lego-Ding, ne? Das war vielleicht nicht mehr das normale Lego, sondern das Lego-Technik, aber ich habe das trotzdem noch. Fand ich richtig geil. ...so die Herausforderung an den eigenen Stil anpasst. In den Optionen könnt ihr sogar eingehenden Schaden komplett ausschalten. Also wenn ihr mit euren Kindern zum Beispiel mal in Ruhe euch die ganzen Maschinen-Dinos anschauen wollt, ist das kein Problem. Für mehr Action hat Aloy hauptsächlich ihren Bogen griffbereit, den sie in Kampfarealen gegen Dinos und menschliche Gegner einsetzt. Die Arenen könnt ihr euch so vorstellen, dass ihr beispielsweise nach der Rutschpartie... Junge, das sieht richtig krass aus, ey. Ich hätte da richtig Bock jetzt drauf. ...die hier mit dem Seil auf einer neuen Ebene landet und dann die Ausgänge erstmal blockiert sind, bis ihr alle Feinde besiegt habt. Wie in den großen Horizon-Spielen könnt ihr übrigens auch einzelne Stellen der Maschinen anvisieren und so mehr Schaden austeilen. Schießt Aloy ihre Pfeile durch Feuer oder elektrisch aufgeladene Gebiete gibt es sogar nochmal einen... Ich sehe gar keinen Interface, Alter. Ist mir gerade aufgefallen. Man sieht gar nicht, wie viel Zeug man sammelt. ...elementaren Schadensboost obendrauf. Für mehr spielerische Abwechslung... Jetzt wird was angezeigt. Drückt euch LEGO Horizon alle ein, zwei Missionen auch noch ein neues Gadget in die Hand. Die gibt es übrigens hier in diesen kleinen Lootkisten und keine Sorge, dafür braucht ihr keine Kreditkarte. Insgesamt sind uns noch gar keine Mikrotransaktionen begegnet und das sollte nach LEGO 2K Drive nicht unerwähnt bleiben. In der Vorschau-Version fand Aloy neben dem Fächerbogen, mit dem man 5 Pfeile gleichzeitig abfeuern kann, auch neue Stiefel. Mit den nützlichen Tretern kann man einen Doppelsprung machen und so Gegner auch im Nahkampf mit einem schwungvollen Hopsa ordentlich Schaden zufügen. Und ja, auch diesen granatenschmeißenden Hotdog-Stand konnten wir einsetzen. Wie, ihr erinnert euch nicht mehr an die Hotdog-Granaten aus Horizon Zero Dawn, mit denen Aloy, dem großen Fast-Footosaurus, den gar ausgemacht hat? Spoiler! Spoiler-Alarm! Nee, Spaß beiseite, aber man sieht hier nochmal, dass sich... Oder war das nur ein Witz? ...Lego Horizon nicht allzu ernst nimmt. Und das ist natürlich was Gutes, gerade wenn man das dann mit den Kindern zusammenspielen will. Für alle Gadgets sind übrigens im Gegensatz zum normalen Bogen Aufladungen nötig, die man in der Spielwelt etwa hier in Truhen findet. Vom Gehüpfe über den Einsatz von Aloys, Waffen und Gadgets spielt sich Lego Horizon Adventures übrigens mit dem Dual-Sense-Controller schon sehr rund. Leicht merkwürdig ist nur, dass es gar keine Ausweichrolle gibt. Die wurde laut Entwickler im Sinne einer zugänglichen, da vereinfachten Steuerung rausgelassen. Apropos rausgelassen, falls ihr auf irgendeine Art von Editor gehofft habt, entweder für den eigenen Charakter oder für die Dinos, um zum Beispiel neue zu bauen, dann müssen wir euch leider enttäuschen. Es wäre sicherlich ein netter Bonus gewesen, ist hier aber nicht dabei. Was genauso fehlt, ist übrigens auch Aloys Speer, zumindest in den Abschnitten, die wir bislang spielen konnten. Die Angriffe waren dadurch stark fernkampflastig und fühlten sich dadurch auch deutlich eingeschränkter an, als wir es von der sonst so agilen Kriegerin gewohnt sind. Die größte Sorge gilt aktuell jedoch dem Missions-Design. Die einzelnen Einsätze, in die ihr vom Hub-Bereich Mutterherz aus startet, waren vom Ablauf her doch recht gleichförmig. Steine aufsammeln, hüpfen, klettern und dann in einer abgesteckten Kampf-Arena gegen feine kämpfen. Selbst bei einer geplanten Spieldauer von nur 7-8 Stunden könnte dieser doch etwas gleichförmige Loop auf Dauer langweilig werden. Also für spätere Missionen hoffen wir auf mehr Abwechslung. Falls nicht, könnte das trotz der neuen Gadgets auf Dauer am Langzeitspaß nagen und besonders auch für ältere LEGO-Fans doch etwas zu limitierter herkommen. Aber gut, das müssen wir uns in der Vollversion nochmal genauer anschauen. Was in einem guten LEGO-Spiel natürlich auch nicht zu kurz kommen darf, ist die Klötzchen-Sammelwut. Und hier legt LEGO Horizon Adventures ordentlich vor, wir können alles mögliche kaputt machen und die Steinchen dann einsammeln. Die tragen wir dann zurück nach Mutterherz und schalten damit neue Kostüme für Aloy frei, verschönern Gebäude oder aktivieren neue Perks für unsere Kriegerin. Hier mal ein Blick auf den Fähigkeitenbaum. So gibt es für ausgegebene Steine mehr Erfahrungspunkte, der Feuerschaden erhöht sich und so weiter. Dadurch können wir Aloy neben automatischen Stufenaufstiegen und dadurch automatisch freigeschalteten Fähigkeiten, wie beispielsweise mehr Bogenschaden, noch ein bisschen weiter individualisieren. Ihr dürft hier zwar nicht zu viel Komplexität erwarten, aber motivierend ist dieses Fortschrittssystem auf jeden Fall. Speziell auf den höheren Schwierigkeitsgraden dürften die Perks zudem nicht unwichtig werden. Ihr seht also, LEGO Horizon Adventures macht, nach dem ersten Anspielen zu urteilen, schon eine ganze Menge richtig. Es ist ein kompaktes Adventure, das hervorragend aussieht, den gewohnten LEGO Humor mitbringt und unsere Steinchen Sammelwut mit Verschönerung. Was mir halt auffällt, dass die einfach da durchrennen und wenn das die sieben Stunden erklärt, dann verstehe ich das. Bei mir ist ja immer noch so, ich gehe mal kurz ein Stück zurück. Zum Beispiel hier, da würde ich halt rechts und links immer noch gucken und die rennen da einfach durch. Ich würde mir hier jede Ecke angucken. Ich würde gucken, ob ich hier hochkomme, ob ich hier auf die andere Seite hochkomme und so weiter und so fort. Hier zum Beispiel, hier sind ja irgendwie noch Steine und so weiter. Das würde ich alles komplett abgrasen. Das machen die gar nicht, ne? Die fetzen einfach durch. Ein kompaktes Adventure, das hervorragend aussieht, den gewohnten LEGO Humor mitbringt und unsere Steinchen Sammelwut mit Verschönerungen rund um Mutterherz belohnt oder mit neuen Kostümen und Perks für Aloy selbst. Spielerisch macht das Abenteuer auch eine meist gute Figur und richtet sich erfreulicherweise an die ganze Familie. Ein paar Sorgenpunkte und offene Fragezeichen gibt's durchaus noch, speziell der Gameplay-Loop könnte auf Dauer etwas zu limitiert und gleichförmig werden. Ob diese Sorgen berechtigt sind, muss die Vollversion zeigen, die am 14. November für PS5, Nintendo Switch und den PC rauskommt. Falls euch das Remaster von Horizon Zero Dawn also eher kalt lässt, ihr aber trotzdem Lust auf ein neues Abenteuer mit Aloy habt, ist das hier wahrscheinlich die vorerst spannendste Alternative. Mehr dazu gibt's dann demnächst hier bei uns im Testvideo. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Alright, gutes Video, Freunde. Hätte ich voll Bock drauf. Hätte ich voll Bock drauf, aber wie gesagt, ähm, ich hab noch andere Spiele. Ich wollte eigentlich auch Dead Island 2 nochmal auf der PS4 spielen, also komplett durch, platinieren und so weiter. Dauert, glaub ich, ungefähr, ich glaub, bei der PS5-Version hab ich 50 Stunden inklusive DLC auf der Uhr, aber ich dachte mir so, nee, ich lass das jetzt erstmal. Also mit diesem Doppelplatinieren, acht aktuell nicht, weil meine Bibliothek ist noch so voll mit anderen Spielen, die ich gerne spielen würde. Und da hab ich natürlich auch einen kleinen Fehler mit WWE 2K24 gemacht, dass ich da die PS4-Version noch gestattet habe. PS5-Version hätte absolut gereicht, weil da bin ich ja noch nicht mal ansatzweise nah an der Platin dran. Ähm, von dem her, ähm, werd ich das nicht mehr spielen und mich eher auf solche Spiele zum Beispiel konzentrieren. Wobei das natürlich aktuell nicht in meinen Geldbeutel reinpasst, dass ich da jetzt noch eine, ähm, mir noch eine Version hole. Äh, also so eine Vollpreis-Version, ne. Was hab ich letztens erst geholt? Call of Duty hab ich auch noch. Black Ops 6 hab ich auch noch nicht fertig platiniert. Von dem her, ähm, ja, war's das erstmal. Aber, wie gesagt, ähm, sagt niemals nie und sagt niemals nie zu einem Abo, Freunde, beziehungsweise sagt nie zum Abo nein. Denn ihr könnt hier ein kostenloses Abo dalassen, wenn ihr das auf YouTube seht und mich supporten wollt. Und natürlich ein Like und ein Kommentar. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was euer Lieblingsspiel ist oder welches man unbedingt gespielt haben muss. Ähm, würde mich mal interessieren. Und vielleicht geh ich ja das ein oder andere Mal nochmal rein in ein Stream und spiel mal ein Lego-Spiel. Vielleicht sogar eine PS5-Version. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.